Die Herzheilerin und andere Grausamkeiten Ein Thriller von J.G.H. Hauptmann Wellnesskämpf für Kriegsheimkehrer Ein Therapeut schickt sie alle in den Tod Evie und Max, das schrägste Kriminalisten-Duo seit Bonnie & Clyde, ermitteln Undercover. Unter den Schönen und Reichen bewegte sich das Bäckermittel beim Europäischen Planetenfest. Der Astrologe war ihr großes Abenteuer. Nun sitzt sie da mit dicken Bauch im achten Monat, jeder Menge Vorstrafen und einem hier Gestrandeten an ihrer Seite. Ein ehemaliger Afghanistan-Kämpfer mit schweren Macken, der sich puddelwohl fühlt in der Oberlausitz, dem fernsten Osten Deutschlands, aus der Traum vom Goldenen Westen. Doch dann taucht Gwersdeck auf. Der polnische Europol-Kommissar lockt mit einem Spezialauftrag. Erweiterte Suizide unter Kriegsveteranen, die in Wellnesskursen betreut werden. Einflussfeindliche Agenten? Oder Friendly Fire aus den eigenen Reihen? Politische Einflussnahme bremst Kripo und Staatsanwalt aus. Der militärische Abschirmdienst kommt nicht weiter. Ein Undercover-Job für Marx, den ehemaligen Afghanistan-Kämpfer. Der kann sich dort unter alten Kameraden tummeln. Doch Teufel auch! Seine hochschwangere Freundin Efi, die will auch ermitteln. Die Welt beschreiben. J. G. Hoppmann lebt in the middle of nowhere, an der Schwelle zwischen Old Europe und New Europe. Es kommt auf dem Blickwinkel an, wie man in diesen Ort hinein bzw. aus ihm herausschaut. Eines steht auf jeden Fall fest. Der schönste Platz in Görlitz ist Skorzelitz. Wer es nicht glaubt, soll sich auf die Reise machen.